Und damit willkommen zurück zu Command & Conquer 3 Tiberium Wars im Live-Let's-Play. Auf zum Finale. Oder was früher einmal der Mittelmeerraum war. Und wissen Sie was? Ausgerechnet Nod hat die Zerstörung des Turms bis jetzt verhindert. Die Bruderschaft hat eine ungewöhnlich große Armee vor Ort und scheint den Turm zu beschützen. Warum, wissen wir nicht. Keine Ahnung, was die vorhaben, aber das ist nicht Ihr Problem, Commander. Sie sind in Italien noch nicht fertig. Die Invasoren haben hier eine Art Kontrollknoten. Es ist sicher kein Zufall, dass er am Ground Zero steht. Immerhin ist das der Ausgangspunkt der Tiberium-Kontamination. Laut Dr. Ibrahim steuert dieser Knoten die Tiberium-Verteilung für alle ihre Einheiten. Und ohne Tiberium funktionieren sie nicht. Stoppen Sie die Einheiten. Stoppen Sie die Invasion. Commander, ich muss Ihnen etwas sagen. General Granger hält wichtige Informationen zurück. Informationen, die Ihnen das Leben retten könnten. Unter meiner Aufsicht konnte die GDI-Waffentechnik aus dem von Nod konfiszierten Material eine Flüssig-Tiberium-Bombe bauen. Inzwischen stattete ich bereits Ihre Truppen damit aus. Nun, Granger erwartet, dass Sie versuchen, einen Sieg durch harte Arbeit möglich zu machen. Und wieso? Er meint, ich sei eine politische Gefahr für ihn. Wenn mein Plan uns weiterbringt, ist Granger unwichtig. Das denken sicher auch die Medien von ihm. Aber Sie werden Sie als Held sehen, wenn Sie diesen Krieg schnell gewinnen. Hier geht es nicht um mich oder Granger-Commander. Hier geht es um Sie. Ihre Stunde kommt. Machen Sie für sich Geschichte. Ei. Front Zero. Ja. Ja, 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 ja. Äh, das kommt von links erstmal Einheiten, das weiß ich. Feindliche Einheiten in sich. Warnung. Ja. Die Minuten haben wir Zeit. Unbekannte Einheit geortet. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Geheimdienstdaten aktualisiert. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Wir da oben noch eine Tiberium, äh, eine Raffinerie haben. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Sammler wird angegriffen. Und ein paar Firehawks haben, um hier die Tiberium, äh, die... Bau abgeschlossen. Chemiefabrik von Nord zu zerstören. Wird gebaut. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Aber die wird, ist nämlich sehr widerlich. Das weiß ich. Wird gebaut. Mammutpanzer. Auf dem Weg. Bau abgeschlossen. Bauarbeiten laufen. Bauarbeiten laufen. Ungeeigneter Bauplatz. Äh. Ungeeigneter Bauplatz. Gut. Hab jetzt ein bisschen scheiße gebaut. Sammler wird angegriffen. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Einheit wird angegriffen. Meine Befehle. Mammut. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Wird gebaut. Muss da nicht was zerstören. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Das muss ich erforschen. Die brauche ich. Warum wollen wir mehr Strom? Ja, Sir. Bau abgeschlossen. Mammut rückt vor. Greif an. Firehawk angedockt und bereit. Ungeeigneter Bauplatz. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Panzerdivision. Ne, ne, ne. Bleib mal zurück. Ziel bestätigt. Der Störsinn ist zerstört worden. Unbesiegbar. Ach du Scheiße. Ich komme. Firehawk angedockt und bereit. Auch wenn du dagegen locker ankommst, aber trotzdem. Zurück zur Basis. Äh. Warten auf Zielkoordinaten. Sammler wird angegriffen. Firehawk angedockt und bereit. Sammler wird angegriffen. Ich werde teilen gezeigt. Unser Basis wird angegriffen. Das war ein bisschen irritierend. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Nut hat einen vorgeschobenen Stützpunkt errichtet. Der Störsinn ist zerstört worden. Sehr schön. Tempel von Nut geordnet. Der Nut Stützpunkt ist nicht mehr getarnt. Der war vorher schon nicht getarnt. Alles klar. Völlige Überlegenheit. Feindliche Einheit mehr sieben. Mammut einsatzbereit. Wird repariert. Oh, da vorne war der, der hat ihn getarnt. Mammutpanzer. Unsere Basis wird angegriffen. Wird gebaut. Upgrade abgeschlossen. Ach, du schießt immer noch. Mammutpanzer sei klar. Ja. Geh weg. Sammler wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Ja, Sir. Mammutpanzer bereit. So, ihr kommt mal mit. Mammut einsatzbereit. Mammut einsatzbereit. Samm du. So. Feuerhawk ist bereit. Kommt mit. Ausbeeren. Alles klar. Haben wir verstanden. Mammut einsatzbereit. Roger. Vollenschub. Bestanden. Feindliche Stützpunkt in sich. Haben wir verstanden. Vollenschub. Sollte keine Luftabwehr sein. Neuer Kurs bestätigt. Ja, da. Bestätigt. Feuerhawk unterwegs. Neuer Kurs bestätigt. Perfekt. Haben wir verstanden. Feindliche Einheiten in sich. Einheit wird angegriffen. Perfekt. Mammut einsatzbereit. Auf zur Front. Ja. Okay. Mammut einsatzbereit. Mammutpanzer bereit. Mammutpanzer bereit. Mammut abgeschlossen. Geht klar. Kommt mir bekannt vor. Warum gehen die denn ausgerechnet auf den? Kommt mir bekannt vor. Bin schon da. Bin unterwegs. Ja. Bin schon da. Ja. Wird gebaut. Auf zur Front. Mammut einsatzbereit. Ich will das nicht übernehmen. Einheit wird angegriffen. Doch, ich überhör es übernehmen. Mammut einsatzbereit. Mammut abgeschlossen. Kommt mir bekannt vor. Ich bin da. Mammut abgeschlossen. Kommt mir bekannt vor. Ich bin schon da. Ich bin da. Okay. Positiv. Feindliche Einheit in sich. Geht unterwegs. Ja, Sir. Los geht's. Unzureichende Mittel. Neue Bauoption. Ausbildung. Mammutpanzer bereit. Mammut einsatzbereit. Einheit wird angebrochen. Auf der Weg. Rückzug. Kommt mir meine Befehle. Unaufhaltsam. Mammut einsatzbereit. Reiter an. Ich habe ihre Befehle. Kommande. Codes. 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 Keine Probleme. Mammutpanzer bereit. Los geht's. Auf sie. Wenn ich so schnell mal hierhin rushen und zack, schafft man es auch locker zu halten. Und so. Löscht sie aus. Auf dem Weg. Unaufhaltsam. Da. Es hat geklappt. Hey. Das Mutterschiff dreht ab. Na dann für Spaß. Mammut. Überrollt sie. Löscht sie aus. Was für Gebaas. Greif an. Löscht sie aus. Überrollt sie. Gebäude eingenommen. Der Spaltgenerator gehört uns. Bonus Ziel erreicht. Wird bereit. Alles okay. Ich weiß nämlich ganz genau, dass hier dann auch Lufteinheiten kommen. Auf zur Front. Macht sie fertig. Mammut einsatzbereit. Einheit wird angegriffen. Feindliche Eingriffen in sich. Näher bei mich. Was für ein Spaß. Piu, 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 piu. Ah, du passt aus neu. Alles klar. Wir knöcheln sie aus. Feindliche Stützpunkt in sich. Du wirst nicht überleben. Feuer. Das sag ich auch. Das war ein bisschen viel. Mammut einsatzbereit. Mammut einsatzbereit. Du hörst mal auf. Juggernauts. Wird gebaut. Wird gebaut. Allgemein kurz auf. Nein. Bau unterbrochen. Mammutpanzer. Landung vorbereiten. Setzt euch. Setzt euch. Genau. Gehen kurz zurück. Und dann zerstören wir die Beine mal. Bau abgeschlossen. Meine Befehle. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Sehr schön. Feindliche Einheiten in sich. Wird gebaut. Einheit befördert. Hier Feuerhawk. Einheit wird angegriffen. Mammutpanzer bereit. Unzureichend Wunschung. Völlige Überlegenheit. Meine Befehle. Mal zurück. Unsere Basis wird angegriffen. Wird gebaut. Sammler wird angegriffen. Wird repariert. Bau abgeschlossen. Mammutpanzer. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Die Richtung kriegst du natürlich nicht. Machen wir so. Gebäude verkauft. Wird gebaut. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten in sich. Sammler wird angegriffen. Wird gebaut. Stimmt, es war ja nur... Ungeeigneter Bauplatz. Ach. Eine Leiste, die wir machen haben können. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Auf zur Front. Unbesiegbar. Los geht's. Bau abgeschlossen. So, jetzt könnt ihr herstellen. Völlige Überlegenheit. Rücke vor. Feindliche Einheiten in sich. Feindliche Stützpunkte in sich. Wird gebaut. Wird das absolut kein Problem mehr sein. Armut einsatzbereit. Einheit wird anmütig. Sag an Ort. Armutspanzer. Äh, okay. Bau abgeschlossen. Auf zur Front. Rekerschiffe sind aber noch nicht nett. Ich komme. Wird gebaut. Los geht's. Oh, wenn die übereinander gestackt sind. A, F auf die gehen. Bau abgeschlossen. Warmung. Europa-Rakete gestartet. Höh? Aufgefahren. Unsere Basis wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Röse Bau. Gut, hätte schlimmer sein können. Hätte schlimmer sein können. Einheit befördert. Normalerweise kümmern sich die Skinder auch darum. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ja gut, da ist dadurch komplett alles aus... Oh, verdammt. Tiberiumfeld abgebaut. Shit. Shit, 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 shit. Wird gebaut. Ausbildung. Unsere Basis wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Oh, oh. Was hab ich da... Wo hab ich da reingestochen? Los geht's. Firehawk angedockt und bereit. Initialisiere die Gitarre. Kommander, gerade erfahre ich von Boyles Plan. Das überrascht mich nicht. Obwohl wir uns in einer hoffnungslosen Lage befinden, warne ich eindringlich vor dem Einsatz der Tiberium-Bombe. Sie beendet den Krieg, aber eine Explosion in der größten roten Zone der Welt? Die Kettenreaktion hätte verheerende Folgen. Und da ist noch etwas anderes. Setzen Sie die Bombe ein, schaffen Sie damit einen äußerst gefährlichen Präzedenzfall. Wir wären abhängig von Tiberium-Waffen. Und vom Tiberium selbst. Das widerspricht unseren Idealen, denen der GDI. Wir kämpfen ehrenhaft und tapfer für die Befreiung der Menschen vom Tiberium. Ich möchte etwas über uns sagen. Wir sind diejenigen, denen das Volk vertraut, dass wir sie beschützen. Wir haben die verdammte Pflicht, das Vertrauen zu rechtfertigen. Ja, es ist riskant und es wird Opfer geben, aber wir sind im Krieg gegen einen Feind, den die ganze Menschheit noch nie gesehen hat. Wenn Sie nicht alles tun, was in Ihrer Macht steht, wenn Sie nicht alle geeigneten Mittel ausschöpfen, diesen Krieg zu beenden, dann enttäuschen Sie jeden Mann, jede Frau, jedes Kind auf diesem Planeten. Tun Sie das Richtige, Commander. Nur das verlange ich. Ja, tun Sie das Richtige. Flüssig-Tiberium-Bombe verfügbar. Völlige Überlegenheit. Feuer. Geht zurück, Rückzug. Tiberium-Feld abgebaut. Ja, Salahok, angedockt und bereit. Sammler, verloben auf die Basis, angedockt und bereit. Oh mein Gott, ja. Unbesiegbar. Mammut einsatzbereit. Feierhaut angedockt und bereit. Oh mein Gott. Mammut-Panzer. Bin unterwegs. Erntevorgang läuft. Völlige Überlegenheit. Überräumt nicht. Wir haben Feinkontakt, Sir. Verstanden, Commander. Auf zur Front. Beide vor. Mammut-Panzer bereit. Vorsicht. Wir bringen uns Tiberium vor. Gut. Ja, Sir. Auf Sie. Ich komme. Okay, ganz ruhig. Äh. Ja, Sir. Sammler, verloben. Ja, Sir. Unterwegs. Beginnen mit Ernst. Bereit. Ja, Sir. Hätte es so gut sein können. Hier, Firehawk. Und dann kommt der Scheiß da. Feindliche Einheiten in Sicht. Und das da. Unbesiegbar. Einheit wird angegriffen. Mammut-Panzer. Nähere mich. Ach. Da kommt das Drohenschiff jetzt. Okay. Unbesiegbar. Löscht sie aus. Brücke vor. Noch ein bisschen mehr. Unzureichende Mittel. Lade bereit. Einheit befördert. Verstanden, Commander. Mammut-Panzer bereit. Einheit wird angegriffen. Los geht's. Ah. Feindliche Einheiten in Sicht. Auf dem Weg. Reparatur. Bin unterwegs. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Ausbildung. Einheit verloren. Bau unterbrochen. Warten auf Zielkoordinaten. Soll der kaputt gehen dadurch dann jetzt? Ja, Sir. Einheit wird angegriffen. Ich hab ihre Codes. Brauch nicht. Ich kümmere mich um alles. Ich sehe es. Ich bin unterwegs. Ganz knapp nicht. Unbesiegbar. Bereit. Rücke vor. Mammut-Rück. Ja, Sir. Rücke vor. Mammut-Panzer bereit. Ja, Sir. Kommst auch mal zurück. Mammut-Rück vor. Das Nord mich sehr stark in Ruhe lässt. Gefällt mir. Ausbildung. Gebäude eingenommen. Wird gebaut. Abgebrochen. Ausbildung. Ich brauche mehr Sammler. Einheit wird angegriffen. Wie gesagt, normalerweise gehen die Screens sehr stark hier rauf. Unzureichende Mittel. Auf zum Tiberiumfeld. Ich musste mich nie um die Rakete kümmern. Die Temple von Nord. Mammut-Panzer bereit. Im Normalfall. Warten auf Einsatzbefehl. Aber irgendwie war das jetzt anders. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Oh. Okay, ganz ruhig. Mammut-Panzer. Einheit für Ruhe. Ach so. Auf zum Tiberiumfeld. Mammut rückt vor. Förtliche Einheiten in sich. Auf dem Weg. Ein Apparatur. Was auch immer ich für ein Wespennest auf einmal gestochen hatte, was da nur so viele Einheiten ankamen. Hat mich sehr irritiert. Sehr, sehr irritiert. Wird schwierig werden, die Infanterie durch das blaue Tiberium zu bringen. Einfach mit Fahrzeugen hier durch. Ist auch in Ordnung. Auf dem Weg. Einheit befördert. Ja, Sir. Rücke vor. Einheit wird angelegt. Mammut-Einsatz-Bereit. Oh, hallo. Ich komme. Ja, den werde ich jetzt verlieren. Dafür kann ich nicht verhindern. Einheit für. Überrollt sie. Mammut-Einsatz-Bereit. Mammut-Einsatz-Bereit. Einheit wird angegriffen. Ja, Sir. Rücke vor. Na, dann bewegt er schon mal nach unten. Geld kriege ich hier ordentlich wieder rein. Das ist gut. Das blaue Tiberium wächst hier wieder in Ruhe nach. Nord lässt mich weiter in Ruhe. Beier auch jetzt bereit. Da haben sie wieder neu gebaut. Okay. Gut. Dann haben wir hier auch alles fertig. Geht mal runter. Bautiberium holen. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Mammut-Einsatz-Bereit. Vorwärts zum Kontrollknoten. Wir müssen ihn zerstören. Erstmal genug von euch. Lichter mit euch rein. Ja, Achtung. Oh, und noch. Irgendwie noch nicht. Ich komme. Meine Befehle. Feier auch unterwegs. Jugger-Naut erwartet Befehle. Das Nord einfach noch gar nichts macht. Das ist so irritierend. Roger, zurück zur Basis. Bleib hier. Bereit. Wird gebaut. Jagger-Naut erwartet Befehle. Unaufhaltsam. Sehr irritierend. Ja, mal gucken. Vielleicht brauche ich ja länger als sieben Minuten. Bau abgeschlossen. Jugger-Naut erwartet Befehle. Ausbildung. Und du Boss-Mammuts. Himmel-Erlaub. Meine Befehle? Das sollte reichen. Ja, Sir. Na, dann wollen wir mal. Von hier kommt es mal da hoch. Wenn sie von da oben nämlich reinfeuern. Warten auf Einsatzbefehle. Während ihr halt im Luft... ...Verteidigung seid. Luftabwehr. Verstanden. Na, Mut einsatzbereit. Unzureichende Mittel. Wie sieh's aus. Warten, ob es alle da sind. Luke geschlossen? Funktionieren die Luftzeile? Ja, Sir. Bau abgeschlossen. Kann ich den irgendwo... Jugger-Naut erwartet Befehle. Ah, da hin. Mammut einsatzbereit. Mann, das ist hier nicht endlos. Aber es ist nochmal ein Etwas. Feierhawk ist bereit. Hier Jugger-Naut. Jugger-Naut erwartet Befehle. Nehmen Position ein. Positiv. Näher uns Zielgebiet. Stückchen für Stückchen. Auf zur Front. Mammut einsatzbereit. Bereit. Jugger-Naut. Feindliche Einheiten in sich. Feuer frei. Unterwegs. Einheit wird angegriffen. Alles okay. Feindliche Stützbund in sich. Koordinaten. Feindliche Einheiten entdeckt. Eine Aktion. Positiv. Näher uns Zielgebiete fehlen. Mammut einsatzbereit. So. Mammar. Komm schon. Krieg Level. Schade. Schade, schade. Habs gehofft. Meine Befehle. Mammut einsatzbereit. Bin unterwegs. Völlige Überlegenheit. Völlige Überlegenheit. Auf zur Front. Auch wenn der jetzt ein bisschen alles tanken kann. Sehr schön. Meine Befehle. Einfach. Ja, Sir. Sehr schön. Mammut Panzer. Mammut einsatzbereit. Mammut Panzer bereit. Auch wenn er nicht alles tanken kann. Oh Gott. Ja, Sir. Juggernaut bereit. Einheit wird angegriffen. Initialisiere Video-Ablink. Es funktioniert, Commander. Die Invasoren geben auf. Sie sind wehrlos. Es ist vorbei. Wir haben gewonnen, Commander. Wir haben gewonnen. Rücke vor. Mammut rückt vor. Jetzt fehlt noch die Nott. Der Nott. Das Nott. Wird gebaut. Was denn damit passiert? Bau unterbrochen. Bau unterbrochen. Vorhin waren. Ich speichere mal. Lass mich. Danke. Oh, ich dachte schon. Kurz noch einen Blick. Aua. Aua. Mammut Panzer. Aua. Unbesichtbar. Aua. Unaufhaltsam. Ne. Och, verdammt. Mammut Panzer. Ja, Sir. Meine befehlige Überlegenheit. Tiberium Feld abgebaut. Äh. Was? Deswegen vielleicht. Bauer reiten laufen. Aber dürften an sich gar nicht mehr existieren. Greifen noch nicht an. Was auch gut ist. Solange die in Ruhe gelassen werden, ist alles gut. Die haben das neu gebaut. Feindliches Kommando entdeckt. Ah. Okay. Wohin die es gebaut haben, ich habe keine Ahnung. Die volle Kanne Angriff. Handliche Einheiten in sich. Feierhawk angedockt und bereit. Feierhawk angedockt und bereit. Feierhawk ist bereit. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Okay, ganz ruhig. Beginnen mit Ernte. Feierhawk angedockt und bereit. Ja, da kommt jetzt einiges an. Nicht so weit reinfliegen. Völlige Überlegenheit. Mammutpanzer bereit. Dann schaffst du's. Dankeschön. Bereit. Meine Befehle. Da wohl die sind nicht so wild. Ihr seid ihr Wilder. Mammutpanzer bereit. Einheit gefördert. Feindliche Einheiten in Sicht. Ihr schafft das. Ich glaube an euch. Vorsicht. Und Jagannot erwartet Befehle. Einheit wird angegriffen. Mammut Einsatz bereit. Achso, durch euch habt ihr sich drauf. Feindliche Stützpunkt in sich. Ne, nix da neu bauen. Jagannot erwartet Befehle. Mammutpanzer. Löscht sie aus. Alles muss weg. Mammut einsatzbereit. Einheit wird angegriffen. Einheit gefördert. Auf zur Front. Das ist praktisch kein Leben mehr. Wahrscheinlich keine Ahnung. Ein HP oder so noch. Jagannot erwartet Befehle. Also sehr, sehr wenig. Auf jeden Fall. Ihr muss nur angepustet werden. Zack, ist er kaputt. Mammut. Mammut einsatzbereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Dann GG. Juggernot erwartet Befehle. Mammutpanzer bereit. Und weg damit. Einsatzziel erreicht. Mission erfolgreich. Mammut einsatzbereit. Gute Statistik. Auch wenn das eine Mal die Aurora ... Naja. Die GDI hat einen fantastischen Sieg errungen. Und die Invasoren hoffentlich entscheidend vernichtet. Sehr gut, Commander, alle Achtung. Sie haben die Invasoren geschlagen, und zwar auf die richtige Art. Alle Türme sind zerstört, bis auf den im Mittelmeer. Aber es kämpften zwei Truppen gegen uns, und das war einfach zu viel. Bevor wir den Turm erreichten, war das verdammte Ding schon uneinnehmbar. Allerdings hat man mir versichert, dass der Turm inaktiv ist und völlig harmlos. Wir werden wohl nie erfahren, wieso er gebaut wurde. Übrigens, haben Sie schon gehört? Boyle ist zurückgetreten, Commander. Er wäre sonst vors Kriegsgericht zitiert worden wegen des Einsatzes der Tiberium-Bombe. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Aber die GDI hat eine neue Führung und neue Hoffnung. Sie sind ein Held, Commander, und man wird sie ewig im Gedächtnis behalten. Sie gehen in die Geschichte ein. Es ist vorbei. Also die GDI-Kampagne ist zumindest vorbei. Gut. Ja, gut. Vielen Dank für's Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und wir hören uns bei der Nord-Kampagne in der nächsten Folge dann wieder. Bis dahin. Cheerio. spouses haber es ninth mal geklebt. Verschcs. eau. types. anhàng displacement. öheme. Shake. Nicht. Tweh. crops. 喝. Service. сможßamo. favorable. casualties. 體.